Schwerverliebt Das ist alles noch Das ist noch Bildungsfernsehen Moment, bei welcher Serie? Beate und Irene Ne, wie heißt die Serie? Beate und Irene Achso Habt ihr mich gerade noch über Schwerverliebt gesprochen? Ja, das sind Teile davon, Peter Ja, weil Es gab ja mal diesen Riesenartikel darüber Dass die für solche Sendungen extra Geistig eingeschränkte Leute einstellen Ja, genau so ist Beate und Irene Ja, aber Peter Die haben doch noch Anstand, weißt du Die haben zumindest so eine Tabelle Und dann sagen die, okay Bis 20% können wir nehmen Den Rest leider nicht Bis 20%? Da muss der RTL auch nochmal was zu gut halten Bis 20% schwer ist Behinderung oder Behinderung Nein Und da machen die ja dann Die trennen da ja auch, Peter Ja, ja, stimmt Also eigentlich hast du recht Dass die DSDS nur noch haben Um fürs Dschungelcamp zu rekrutieren Weil das rentiert sich halt noch für RTL Das stimmt tatsächlich nicht Oh Ah, doch Da kann ich tatsächlich auch sonst Das ist mal ein bisschen grenzen Kann ich mir nicht mal vor... Wieso denn nicht? Gerade das Ja, lass uns doch reden Es ist korrekt Dschungelcamp ist eins Der Einschaltquotes Einschaltstärksten Quoten Serien Mein Gott Wenn ich jetzt noch reden könnte Ja, das wäre ganz vorteilhaft Ja, klar Ich meine Vielleicht werden da natürlich auch noch welche Aber das ist halt das Was mir tatsächlich Vom Fernsehsender selbst erzählt wurde Weil mich das auch interessiert hatte RTL ist zu dir gegangen Und hat gesagt Sie verdienen haben Ja, genau Genau So sah das Ich saß einfach so vorm Rechner Hab mich dafür interessiert Und dann macht das Dennis was da gerade Plötzlich steht vor der Tür So hört sich das gerade atmen Nein Wir waren ja schon oft genug mal da Und man kennt ja auch ein paar Leute von denen Ich hab dich mit Mirko unterhalten Weil du den kennst Ich will jetzt nicht weiter auf den einen gehen Und der hat mir das halt immer erzählt Ja, cool, das ist klar Der ist wahrscheinlich morgen arbeitslos Weißt du, wie viele Leute Mirko da heißen? Aber Marc Dich haben wir am Sacken Dich Du bist durch Ja Kannst dich schon mal verabschieden Von deiner Freiheit Oh, scheiß Ich glaube, ich twitter mal RTL.de an Und frag Wer ist Mirko oder wat? Nein, ich will wissen Ob die damit Verlust machen Achso Ja, mach doch Wer ist Mirko? Würde ich aber auch ne coole Frage Ja Also, wer ist eigentlich Der Tor? Wer ist eigentlich Der Tor?